hey interweeps hallo das kennt ihr gar nicht mehr hier oder dieses draußen sein ja heute machen wir sim racing ich habe mir mal ein ganz großes rick gekauft davon boxen also hier piepmetze wir fahren nach holland wir machen fotos heute ich habe mir gedacht ich nehme euch mit oder wir nehmen euch mit weil ich habe mit letztlich schon lange nichts mehr gemacht und das bietet sich ja dann dementsprechend auch an weil wir sehr nah an der niederländischen grenze sind wir fahren aber rüber heute natürlich wir achten darauf dass wir nicht unsere dass wir nicht unsere gesichter nicht verdecken und wir achten auch wie unsere mitmenschen mal gucken wie das so läuft wir nehmen wir euch jetzt einfach mal mit ich drehe euch gleich oben und dann fahren wir los ja es wird ein zartes foto shooting heute ich weiß nicht warum du dir die haare gemacht hast das ist ein richtig schönes foto volle dröhnung wow sie macht die bund auf und aufmachen da wird es trocken sie macht die bund auf und aufmachen Einmal noch einmal kurz schnell. Ich gehe nicht, nur ich komme, nur ich, nur ich bin. Grüß Sie, ich bin hier. Oh mein Gott, ich bin hier. Ich bin hier. Wir fahren jetzt über die 25 Kilometer durchs Meer, also wir fahren wirklich legit durchs Meer. Da wollen die gucken. Wollt ihr vorne gucken? Und dann müssen wir mal gucken, also ich würde sagen, wir gehen auf Land innen wir jetzt nochmal irgendwo fotografieren mit ein bisschen weniger Wind. Können wir. Ja. Du bist zu laut getrampelt. Perfekt. Kannst du direkt in die Kamera gucken? Das ist alles gut. Okay. Ich mach dir den Wind. Okay, drei, zwei, eins, go. Und dann geh einfach mal vorbei. Okay. Gut. I guess that's enough. Okay. 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 Maybe ich weiß. Be�. Ich bin auf. Dann. Darn. Ich bin auf. Dann geschafft. Ich bin auf. Ne, jetzt ist erstmal zufällig einer, der hier die Box ausmacht. Ruhe jetzt. Ich rede. Du zuerst. Ich rede. Du zuerst. Danke für den schönen Tag mit euch. Ich steige jetzt gleich aus und fahre noch den Weg nach Hause. Dankeschön dir für's mitnehmen. War richtig cool. Ich hätte nicht mal wieder gesehen zu haben. Ja, sehr gerne machen wir das nochmal, wenn's nicht regnet, okay? Das war wirklich ziemlich scheiße heute. Ich guck mal, was bei den Fotos rausgekommen sind. Ihr werdet die ja dann sehen. Farbenfuchs heißt bei Twitch genauso wie überall. Genau. Farbenfuchs. Bei Twitter auch. Bei Instagram auch. Also, da gibt's dann irgendwann auch Fotos zu sehen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag slash Abend. Lasst euch gut gehen. Und vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Das war sehr schön. Das war wirklich sehr schön. Text to Speech ist immer wieder ein Kracher. Und nochmal, sorry, dass wir so viel Auto gefahren sind. Ich hab mich dezent verschätzt. Ein bisschen. Aber es war trotzdem schön dafür. Es war ein Erlebnis. Ich freu mich darauf, nachher den Fotos zu gucken. Jetzt sag ich aber Tschüss, weil ich muss mich beeilen. Die Schwiegerelter warten schon. Man sieht sich. Bye, bye. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.